in diesem sinne herzlich willkommen zurück liebe arzt und freunde weiteres episödchen solo abenteuer galakrons erwachen ja ihr habt es wahrscheinlich schon mitgekriegt ich bin extrem erkältet momentan lag auch die ganzen letzten tage flach habe ich aber schon erzählt und mich persönlich ärgert es schon sehr dass ich die videos jetzt so krank hier mache aber ist jetzt halt so und ich denke woche zwei bin ich hoffentlich wieder fit dr boom kapitel 1 forscherliga wir sollten unsere eigenen fliegenden kämpfe haben ich mache das was ist dieses große vogel ding dahinten was ist da drüben los wo ist we know die schlechte ich muss mich konzentrieren das war nicht so einfach ihr seid geschichte ich bin bereit blieb sich wie eine rakete ich bin bereit aber und mir Der Salzgeschichte! Oh! Dr. Boom. Sehr cool. Ja, ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Tschüss.